Leidenschaftliche Fans von Borussia Mönchengladbach, haltet eure Herzen fest, während wir einen Blick hinter die Kulissen eines epischen Bundesligakampfes werfen. Gerardo Seuane, der Stratege hinter unseren Erfolgen, hat etwas Entscheidendes zum jüngsten Duell gegen Hoffenheim zu sagen. Und glauben Sie mir, es geht nicht nur ums Gewinnen. Seuane unterstreicht in seinen Worten die Bedeutung dieses Sieges, lässt uns aber bald im Unklaren, indem er zugibt, dass die Leistung nicht so vollständig war wie gewünscht. Nun, ihr Fans, stellt euch vor, was er über die Hintergründe dieses Aufeinandertreffens gegen ein Team aus dem oberen Drittel verrät, bei dem das Spiel nach unseren Wünschen lief, aber auch eine Prise Glück hatte. Spüren Sie die Spannung in der Luft? Das ist erst der Anfang. Der Trainer lobt die Mannschaft nicht nur für den Sieg, sondern auch für den Umgang mit Widerständen und Schwierigkeiten. Verletzungen, Aufstellungswechsel, alles geschieht in Echtzeit während des Spiels. Und was können wir über die unglaubliche Unterstützung der Fans sagen, die laut Seuane in der Schlussphase von entscheidender Bedeutung war? Nun, ich weiß, dass Sie, Borussen, nach weiteren Details dürsten. Wie ist das Team mit diesen Widrigkeiten umgegangen? Wie haben Seuanes Strategien die Dynamik des Spiels geprägt? Und was können wir natürlich nach diesem spannenden Kapitel für die Zukunft erwarten? Die Wahrheit ist, dass dies nicht nur ein Sieg war, es war eine Saga, die uns von Anfang bis Ende mit einbezog. Und um jede Ebene dieser Handlung aufzudecken, müssen Sie bis zum Ende bleiben. Aber vorher möchten wir in den Kommentaren noch von Ihnen hören. Was war für Sie der denkwürdigste Moment in diesem Spiel? Wie haben Sie die Leidenschaft der Fans gespürt, die durch den Borussia-Park halte? Halte deine Gefühle nicht zurück, Borussen, das ist der richtige Moment.